Großer Schock! Florian Simba Reisen und Beatrice Eckley. Das Sonntag ganz Deutschland wissen. Die Hochzeit findet statt. Willkommen auf dem Kanal mit freundlicher Genehmigung von Prominenten. Wir laden Sie ein, die neuesten Nachrichten des Tages zu hören. Ganz Deutschland ist geschockt von der Nachricht, dass die Hochzeit von Florian Simba Reisen und Beatrice Eckley stattfindet. Diese Veranstaltung zog nicht nur die Aufmerksamkeit der Fans dieses Paares auf sich, sondern auch der Öffentlichkeit. Zu diesem Zeitpunkt sind alle nur gierig und wollen mehr über die Details der Hochzeit erfahren. Sicherlich war diese Hochzeit ein wichtiges und bedeutungvolles Ereignis für Florian Simba Reisen und Beatrice Eckley. Die beiden gingen durch viele Prüven und Währungen, bevor sie zusammenkamen, und sie beschlossen schließlich, sich letzten Monat zu verloben. Ihre Hochzeit ist ein Geheimnis für die Öffentlichkeit und Fans. Doch plötzlich wurden ein paar Fotos von der Hochzeit gelegt und in sozialen Netzwerken verbreitet, wodurch ganz Deutschland von dem Ereignis erfuhr. Das Paar hat dazu keine offizielle Erklärung abgegeben und nichts über die Durchführung der Hochzeit bestätigt oder gesagt. Wenn obige Angaben stimmen, dann wird die Hochzeit von Florian Simba Reisen und Beatrice Eckley eines der größten Events des Jahres. Und nicht nur das, dies ist nach den Turbulenzen und Schwierigkeiten der Vergangenheit auch ein Meilenstein für ihr beides Leben. Bei einem so beliebten Paar wie Florian Simba Reisen und Beatrice Eckley ist es keine Überraschung, dass ihre Hochzeit sowohl bei Fans als auch in der Öffentlichkeit große Aufmerksamkeit erreicht hat. Wir hoffen, dass diese Hochzeit für Florian Simba Reisen und Beatrice Eckley einen neuen und glücklichen Wendepunkt in ihrem Leben markiert. Glückliches Paar Durchgesickerte Gerüchte über die Hochzeit von Florian Simba Reisen und Beatrice Eckley wurden überall verbreitet. Viele Fans aus ganz Deutschland versammelten sich in St. Michael in Hamburg, wo Gerüchten zuvor die Hochzeit stattfinden soll. Offiziell bestätigt ist die Hochzeit des Kuntpaares noch nicht. Durchgesickerte Informationen über die Hochzeit gelten nun ans Gerücht eine Bestätigung von diesen beiden oder ihren Vertretern gibt es nicht. Trotzdem sorgten diese Neuigkeiten für große Aufmerksamkeit in den Medien und in der Öffentlichkeit. Viele Menschen haben Interesse und Aufregung über die Hochzeitsnachrichten des Paares zum Ausdruck gebracht. Während andere Skepsis und Besorgnis über die Zukunft des Paares geäußert haben, fand sie tatsächlich heiraten. Trotzdem sind Florian Simba Reisen und Beatrice Eckley immer noch zwei bekannter und beliebter Gesichter in Deutschland. Mit ihrem Erfolg im musikalen Bereich wurden die beiden zu Ikonen des Schlagergenres. Die Kombination dieser beiden hat auch in der deutschen Unterhandlungsindustrie für viel Aufsehen gesorgt.